Wir waren schon mit Lamas am Trecken, wir haben uns das Schloss Verruz angeschaut und jetzt sind wir in Malbu und Bissi ist immer noch da. Juhu! Wie gefällt es dir bis jetzt? Ähm, ja. Ich muss ja sagen, ich bin grundsätzlich schon mehr so der Maledi von Seychellen-Typ. Nein, nein, es ist ganz okay. Wir gehen wandern. 300 Meter vom Parkplatz und Bissi ist schon am Trinken. Bissi, wie läuft die Wanderung? Wie läuft das denn? Du meinst Wanderung für Instagram einfach schnell, ein paar Meter Laufen, aber sicher nicht ernst da. Nein, wenn du schon mal am Lichterstand bist mit einem Winter-Skifahren, im Sommer wandern. Ich kann mich ja ungern an den Tag zurück erinnern, wo wir Skifahren waren, aber an was ich mich erinnere, dort hatte es Sesseli. Wo sind die und ab wann laufen die? Also du meinst, als ich am Skifahren war und das hast du gemacht. Das ist nicht das Thema, Weiraten. Wo sind die Sesseli und wie komme ich auf die? Also, sie wären schon offen. Aber schau mal, der sensationelle Tag an heute, also ich würde schon sagen, wir laufen. Wir nehmen nicht den Lift. Komm jetzt. Ich würde sagen nein. Fuxi, ich habe es von Anfang an gesagt. Es ist viel bequemmer so. Ich weiss nicht, warum man laufen soll. Tina, wie läuft es? Wie, du fängst ohne mich an zu essen? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Ich soll anfangen zu essen? Ah, es ist herrlich hier. Schau mal, die Aussicht, die Sonne. Ich habe noch ein kleines Blatt bestellt. Wobei, muss zugeben, ich habe es etwas grösser vorgestellt. Wissen Sie, wer ich entdeckt habe vom Weg? Schau mal, wer kommt. Verweiraten? Hä? Okay. Aber jetzt sind sie etwas schneller, Amis. Du musst es vorwärts machen, sonst hat es nichts mehr da. Nicht mehr so viel. Hast du bestellt? Nein. Ein kleines Blatt bestellt, aber es war ein Verständigungsproblem. Nehmen Sie nur. Oh, das sieht mega aus. Darf ich nehmen? Ja, natürlich. Wir können gleich da oben bleiben. Aber einer läuft dann schon mit mir, oder? Das schauen wir dann noch. Auf den Lift. Da wäre gut bei links. Ja, ja. Der Wanderweg. Das wäre doch echt gut nach dem riesen Blattchen. Ja, also gut. Ich könnte auch abholen. Mal schauen, was sich da hat. Gibt es ein Mädchen oder ein Bauch? Bisschen gut. Also Lift, oder? Ja. Du nimmst mich so, wie ich bin, gell? Ja, aber du bringst den Begel noch zu. Haha.